Ja, meine Damen und Herren, es ist der 11.06.2019 Ja, und man bemühe sich ja natürlich der Lyrik und des Gedichtes, dem Poem gerecht zu werden. Natürlich, ja. Und dafür machen wir mal wieder unsere Tonspur hier auf. Natürlich der Riegel klemmt es nachher. Wunderbar, so. So, ich habe Sie da mal eingeladen und Sie sagen, Sie haben der Welt ein völlig neues Gedicht gemacht. Ja, eines sehr modern klingt und auch der Zeit angepasst, sagen Sie auch, ja. Ja, das habe ich mal gemacht. Ja, nun gut, nun wollen wir das dann mal hören und hoffentlich wird es uns auch irgendwie erfreuen und hoffentlich klingt es auch irgendwie so ein bisschen, ja, dass wir einfach mal sagen, ja, einfach wunderbar vielleicht, ja. Ja, ich werde mir mal bemühen, ja. Ja, also, ich sage mal, ich habe hier ein Gedicht und der Titel ist, ähm, der Klimamann, ja. Ja, ich fange ja mal an, ja. Ja, fange Sie endlich an, Mensch. Ja, ich fange ja an. Der Klimamann. Es geht mir um im Koppe, vielleicht auch aus der Tauste gehen. Nun könntet ja auch hitzig heute mit heutigem Wissen mir vergehen. Zuerst da kicke ich, was es wird, ob mir klimajütig ist, ob ich vielleicht der Klimamann für draußen was bezahlen müsste. Die Warnung von der Wettermann sagt, bleib da lieber alle drin. Die Hitze ist mir heute viel. Man fängt dem Koppe an, die spinnen. So heiß wie jetzt weit noch nie. Die Luft so schwül sagt alle Welt. Man kann jetzt nicht entfliehen. Och nicht mit staatlich Steuergeld. Was wilde macht, o Klimamann, die Hitze bleibt mir sowieso. Och wenn ich viel die heben kann, das Wetter macht mir keiner froh. Ich habe heiß, o Klimagraus. Was stimmt von dem, das weiß ich dann. Och kicke, wie sieht's draußen aus? Mir auch was weggefrieren kann. Von all dem, was im Koppe je, vielfalt gesagt, gewesen ist, vom ewig doofen Klimamann. Das ist ja einfach herrlich. Das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich der Zeit angepasst. Das ist es ja. Da, wo es dann, und das kann nicht anders sein. Also mir fehlen die Worte. Also einfach herrlich. Also ja, so sieht es wirklich heute alles aus. Ja, also, ja, also, das ist ja irgendwie so wie Paragraf 1, jeder macht seins, oder wie ist das jetzt? Ja, ich hab ja mal gedacht, dass ich dann mal und so, und jetzt hab ich so, dann hab ich das so und so, das kam einfach mal so. Ja, das haben sie herrlich hingekriegt, wunderbar. Ja, gehen sie zum Buffet, holen sie ein Stück Kuh dafür. Einfach herrlich, wunderbar. Das kann nicht besser sein. Ja, ich danke Ihnen auch mal schön. Ja, besten Dank Ihnen auch, ja. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben das gehört. Ein derzeit angepasstes Gedicht, natürlich. Ja, was sollte es anders gewesen sein? Ja, diese dummen Klimamänner, was sie uns doch heutzutage alles so erzählen. Ja, bleiben Sie uns wohl auf, Ihre Berliner Ecke, hier Sprachfunk. Ja, bin ich bin mit. Ja, bin ich bin. Ja, bin ich bin. organisms.